da stemmen wir mal diesen stein bruchsteinmauern das wäre doch was so wie in siena san gemignano in italien die alten mauern die seit jahrhunderten dort stehen das zu hause als wohngestaltung wäre doch ein toller effekt ist klar das war jetzt ein bisschen show weil wir haben bruchsteinmauern die wirklich so aussehen als ob sie hunderte jahre alt sind das sind diese einzelsteine und daraus machen wir für euch diese mauern die werden also von unseren fliesenlegern direkt bei euch an die wand gebracht schön ausgefugt es gibt ganz viele verschiedene modelle auch unterschiedliche farben je nachdem was dazu passt es gibt entsprechende steine das seht ihr ja hier auch das ist also auch schön um die ecke wie ein mauerpfeiler wirken kann und das tolle daran ist dieser hersteller aus italien der hat für ein modell das ist also zum beispiel hier das modell stino zum beispiel da hat er entsprechende formen wo jeder stein einzeln hergestellt wird und teilweise werden da bis zu 400 verschiedene formen benutzt es ist also unmöglich den ein und denselben stein oben links und unten rechts wieder zu finden das wird euch nicht gelingen das finde ich ist eine ganz tolle sache weil damit wirkt es sehr 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 natürlich und wenn die nächste küche in eurem loft oder im industrial style eine schöne backstein optik bekommen soll dann haben wir auch backsteine für euch die so aussehen als ob sie schon auch mehrere jahrzehnte auf dem buckel haben als ob der putz schon mal wieder abgeschlagen wurde diese steinchen sind das dann und damit kann man denn auch eine sehr schöne in das döl gestaltung machen wenn ihr mehr dazu wissen wollt wenn ihr interesse habt an so einer schönen landgestaltung dann kommt zu mir meldet euch wir finden gemeinsam eine ein schönes ambiente für euer zu hause bis dahin ich freue mich hast du gerade schon mal diese mag ich lege das funktion schuhe aber ich glaube in dem ich diese messen bin habe ich bin dieses Stück schuhe